Hallo bei mir im Küchengarten. Mein Name ist Katharina und heute machen wir gemeinsam einen Dünger für alle eure Gartenpflanzen, speziell auch für die Gemüsepflanzen. Das geht wirklich ganz einfach, kostet nichts und ihr habt wahrscheinlich alles bei euch im Garten schon zur Hand. Ich mache schon seit Jahren meinen Dünger selber und habe schon seit Jahren keinen mehr zugekauft und jetzt, da ich auch noch Hühner habe, kommt das Ganze noch auf ein ganz anderes Level. Zuallererst braucht ihr einen Behälter, wo man einen Deckel drauf geben kann, den man verschließen kann, damit keine Tierchen reinfallen und dieser Dünger stinkt auch noch recht stark, deswegen ist es besser, wenn man ihn verschließt. Ich habe immer so einen alten Emailtopf mit Deckel von meiner Oma, da war über den Winter das Vogelfutter drinnen, deswegen gebe ich das jetzt in einen anderen Behälter. Dann habe ich mir gedacht, ja wenn ich schon mal mit dem Vogelfutter hantiere, bekommen die Vögelchen in unserer schönen Futterstation auch gleich was Frisches und dabei ist mir aufgefallen, dass das Hühnerfutter auch noch leer ist, also habe ich den Sack Hühnerfutter, den ich letztens gekauft habe, auch gleich nachgefüllt. Das ist so ab und zu das Problem, wenn man mit irgendeiner Arbeit anfängt, rundherum fallen einem noch so viele andere Sachen auf, die man erledigen sollte. Geht euch das genauso? Man kommt wirklich vom Hundertsten ins Tausendste. Aber nun geht es weiter mit dem selbstgemachten Dünger. Hier in meinem Beetbereich, den ich liebevoll New Bedland nenne, ist der Streifen mit der Vogelfutterstation und dem Vogelbad und darunter habe ich lauter Natur- und Wildstauden, die das Insektenleben und die Vielfalt hier in meinem Garten stärken sollen. Leider ist dort auch ein sehr starker Druck von diversen Beikräutern, Unkräutern, die auch sehr lästig sein können, wie zum Beispiel die Ackerwinde, das Fünf-Finger-Kraut und auch der Ackerschachtelhalm. Ich versuche dann immer das Positive zu sehen und zwar speichern sehr viele dieser sogenannten Unkräuter die Nährstoffe sehr gut und durch den Prozess des Verjauchens kann man diese Nährstoffe aus der Pflanze, aus den Pflanzenteilen lösen und in eine Brühe übertragen, eine sogenannte Jauche und das mache ich mir für meinen selbstgemachten Dünger zunutze. Als erstes ernte ich hier den sehr wild wachsenden Ackerschachtelhalm. Warum dünt man mit Ackerschachtelhalm? Er enthält sehr viel Kieselsäure und eine Jauche daraus stärkt die Pflanzen von innen und macht die Zellwände stark und somit auch weniger anfällig gegen Schädlinge und Pilze. Als nächstes kommt eine sehr wertvolle Zutat, die ich erst seit letztem Jahr selbst bei mir im Garten ernten kann und zwar ist das der Hühnermist. Hier ist er besonders leicht für mich zu gewinnen, weil ich einfach das Kotbrett reinigen muss und somit eine ausreichende Menge habe. Mist von Hühnern weist nämlich einen sehr hohen Stickstoffgehalt auf und enthält viel Phosphat und große Mengen an Kalium und Kalzium. Also alles das, was in einem guten gekauften Biodünger auch drinnen ist. Was ich dazu sagen muss, ist, dass es keine Mengenangaben, kein richtig oder falsch für die Herstellung so einer eigenen Jauche gibt. Ich mache einfach mein Gefäß mit allen möglichen Wildkräutern und in diesem Fall jetzt Hühnermist voll. Das Verhältnis dabei spielt eigentlich nicht so eine große Rolle. Das mache ich Pi mal Daumen. Wenn ihr keine eigenen Hühner habt, dann gibt es so Hühnermist-Pellets auch im Handel zu kaufen und die kann man dann einfach in der Jauche auflösen. Außerdem könntet ihr dafür auch sehr gut Pferdemist, Ziegenmist, Schafmist oder auch Entenmist verwenden. Als nächstes geht es zu einer meiner absoluten Lieblingswildstauden, dem Beinwell. Da habe ich mal ein Video drüber gemacht, das verlinke ich euch oben. Der gehört wirklich in jeden naturnahen Garten. Er ist nämlich wahnsinnig früh in der Blüte dran und dient vor allem den Hummeln als wertvolle Futterquelle. Ist auch eine Heilpflanze, die früher für den Menschen auch im Einsatz war. Als natürlicher Dünger ist er deswegen so interessant, weil alle Pflanzenteile auffallend viele Nährstoffe enthalten. Und zwar nicht nur Kalium, Phosphat oder Stickstoff, sondern eben auch Spurenelemente, Kieselsäure und verschiedene Gerbstoffe. Außerdem ist die Pflanze wahnsinnig genügsam und eine richtige Augenweide. Weiter ging es dann in den Küchengarten. Dort habe ich ja meinen Winterkaffiol stehen und dort zupfe ich regelmäßig die äußeren Blätter ab, um den Kohl vital und gesund zu halten. Und da habe ich mir gedacht, diese Blätter gebe ich auch gleich in meine Jauche. Natürlich schön zerkleinert. Kohlblätter sind nämlich ebenfalls pflanzenstärkend und sie helfen auch gegen Erdflöhe. An meinem Rucola ist mir nämlich ein Befall aufgefallen und so hoffe ich, dass ich den in den Griff bekomme. Und auf dem Weg nach vorne zu meinem Wasserfass kam ich an meinem Zuchtort für Giersch vorbei. Also Spaß beiseite. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich dieses sehr stark wüchsige Wildkraut. Eignet sich auch wunderbar für eine Pflanzenjauche, da er sehr reich an Kalium ist und vor allem von stark zehrenden Pflanzen wie Kartoffeln, Gurken, Tomaten, Paprika oder Kürbis geliebt wird. Jetzt da mein ganzer Topf voll ist, übergieße ich ihn komplett mit Regenwasser, sodass alle Kräuter bedeckt sind. Regenwasser ist natürlich das Beste für die Pflanzen. Wenn ihr nur Leitungswasser habt, dann lasst das ein paar Tage draußen an der Luft stehen, damit sich das Chlor verflüchtigt. Dann könnt ihr das auch problemlos verwenden. Da das ganze organische Material beim Verjauchen richtig anfängt zu stinken, gebe ich als Geheimzutat noch Urgesteinsmehl hinein, circa eine Hand voll. Dieses bindet den Geruch und führt der ganzen Jauche noch weitere Mineralstoffe hinzu. Nun gebt ihr den Deckel drauf und lasst das ganze für zwei Wochen an einem geschützten sonnigen Platz stehen. Ich rühre das ganze einmal am Tag um, damit Sauerstoff in das Gemisch kommt. Und ihr merkt, wenn die Jauche fertig ist, sobald das ganze nicht mehr blubbert und sich die Pflanzenteile schön zersetzt haben und nur mehr Matsch sind. Diese ganzen Pflanzenteile siebt ihr dann aus, entfernt ihr und dann ist eure Jauche fertig. Die könnt ihr dann aufbewahren und bei Bedarf einsetzen. Ich verwende sie immer 1 zu 10 verdünnt. Die ist natürlich jetzt sehr stark und und ich bemühe mich damit immer nur den Boden zu gießen und nie über die Pflanzenteile selber, da das zu Verbrennungen führen kann. Das war's von mir und meiner selbstgemachten Jauche, meinem selbstgemachten Dünger. Probiert es aus, es zahlt sich absolut aus. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Auch über Anregungen bin ich sehr dankbar. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, hier bei mir im Küchengarten.